Was geht ab meine Wunschkinder, Jericho5 am Start. Ich wollte das Video gestern schon machen, aber ich war leider beim Zahnarzt. Und da ich ne fette Betäubung in der Fresse hatte, fiel es mir schwer zu sprechen. Aber zuerst muss ich was loswerden. Vielen, vielen lieben Dank für 50.000 Abos. Ich hätte niemals gedacht, dass mich 50.000 Menschen mögen würden. Beziehungsweise gerne meine Videos gucken. Ich freue mich so gigantisch über diese Zahl und sie bedeutet mir mehr, als ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Wenn jetzt einige nach dem Gewinnspiel fragen, die Gewinner stehen schon fest. Aber ich habe diese noch nicht angeschrieben. Das wird die Tage passieren, also checkt eure Nachrichten auf YouTube. Kommen wir aber nun zum eigentlichen Thema, die Patch Notes zur neuen Season. Wir gehen diese mal strukturiert durch und reden dann über das momentan brandheiße Thema Blitz. Dass Ella nochmal drei Nerfs reingedrückt bekommt, wissen wir ja mittlerweile. Aber nun haben wir die Statistiken dazu. Ellas Rückstoß wird enorm erhöht und ja wirklich hart enorm erhöht. Ziemlich gleich wie der der SMG-12. Zusätzlich kommt aber eine Minderung des Schadens hinzu, der von 28 auf 23 fällt. Der Damage Drop folgt nach wie vor ab derselben Distanz. Der dritte Nerf betrifft ihr Loadout. Ihre Kontaktgranaten werden durch einen mobilen Schild ersetzt. Und somit ist es offiziell. Blackbeard wurde vom Thron gestoßen und wird nun von Ella eingenommen. Weiter geht es mit Kapkan. Kapkan bekommt weder Nerf noch Buff. Es wird einfach sein Stacheldraht durch Impactgranaten ersetzt. Ich meine, Kapkan spielt man sowieso eher mit C4. Ich glaube nicht, dass das irgendwen stören wird. Kommen wir zu Game Health. Verletzte Operator waren oft von einer Desynchronisation mit dem Gameserver betroffen. Aus eurer Sicht habt ihr einen Operator sich drehen sehen, obwohl er sich in eine komplett andere Richtung bewegt hat. Das Problem sollte ab jetzt behoben sein. Nachladeveränderung. Der Moment, an dem euer Magazin nachgeladen wird, wurde überarbeitet. Also das Refreshen eures Magazins wird jetzt etwas schneller vonstatten gehen und sollte alles angenehmer machen. Ab sofort könnt ihr auch eure Nachladeanimation mit dem Drücken der Zielen-Taste abbrechen. Bedeutet also, wenn euch jemand überrascht, während ihr nachlädt, könnt ihr diese Animation unterbrechen und euch verteidigen. Beziehungsweise könnt eure restlichen Kugeln vielleicht noch verballern. Und jetzt kommt ein großer Moment für mich. Moment, Moment. Ich muss es gerade ein klein wenig genießen. Bartlett wird aus den Casual-Maps entfernt und es kommt Yacht zurück. Oh Gott, ich freue mich so hart auf Yacht. Abends ein paar Runden locker und Yacht zocken. Game Balancing. Endlich wurde der Schild-Exploit gefixt. Es ist nicht mehr möglich, auf ein Schild draufzuklettern. Ihr könnt zwar nur mal drüber wollten, jedoch geht dieses kaputt. Sobald ihr auf dem Schild draufsteht, wird aber dann in euer Inventar hinzugefügt. Jetzt würden noch kleinere Fixes kommen, aber ich picke nur die wirklich interessanten heraus. Mutes Störsender ist zu hören, obwohl man sehr weit weg steht. Wurde gefixt. Für mich sehr interessant, weil ich jemand bin, der immer in Camps oder Drohnen ist, wenn ich gestorben bin, um mein Team unter die Arme zu greifen. Der Störsender hat echt manchmal hart abgenervt. Die Bewegung oder eher Rotation eines Operator, während er wortet, war nicht korrekt. Wurde auch gefixt. Kennt ihr wahrscheinlich, wenn jemand durch ein Fenster hüpft und in eine komplett andere Richtung guckt und euch tötet. Spieler sterben willkürlich durch Fallschaden. Gefixt ist mir zwar noch nie passiert, beziehungsweise soweit ich mich erinnern kann, habe aber schon sehr, sehr viele frustrierende Videos gesehen. Spieler unter Level 20 können kein Rank mehr spielen. Squads werden nicht mehr aufgeteilt, wenn sie einem Match beitreten. Es gibt zwar noch ein paar, aber wer sich alles durchlesen will, in der Beschreibung ist ein Link. Kommen wir jetzt zum heiß diskutierten Thema Blitz Two-Speed. Ja, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, Blitz wird zur Zeit als Two-Speed auf den Test-Servern getestet. Er wäre somit der erste Two-Speed-Operator mit einem Schild. Die Idee dahinter war es, Blitz als einen attraktiven Pick zu kreieren. Er wird zwar seit seinem letzten Buff öfter gespielt, dennoch befindet er sich im absoluten Müllhaufen von Pickrate. Nach mehrfachem Analysieren und definitiv belustigenden Videos bin ich zu dem Entschluss gekommen, Blitz ist OP. Und ihr wisst, dass ich das so gut wie nie, niemals sage, aber Blitz ist ein Monster. Es liegt nicht nur an dem Two-Speed, es liegt an den kompletten Veränderungen, was Blitz aktiv und passiv betrifft. Aktiv hat er sein Schild 24-7 vor seinem Gesicht, also er sprintet mit seinem Schild vor sich her. Hinzu kommt, dass sein Schild nicht weggeschlagen werden kann, wenn er sprintet. Das alleine wäre ja kein großes Problem. Gepaart mit passiven Dingen, wie zum Beispiel der verbesserte Pistolenrückstoß und nun auch noch Finkas Fähigkeit, das schnellere Anvisieren, macht Blitz absolut unerträglich. Ubisoft hat sich dazu mittlerweile geäußert und gesagt, dass Blitz nicht genervt wird, aber gefixt. Und jetzt kommt's. Ich habe euch ja schon mal erklärt, was Mobilität ist, aber hier nochmal. Mobilität betrifft nur Schild Operator und das funktioniert wie folgt. Es war einmal ein Fuse. Fuse hat gerne ganz viel Schokolade gegessen und wurde dadurch immer fetter. Das machte ihn langsam. Dann bekam dickerchen Fuse noch ein Schild und war noch langsamer. Ende. Nein, also mal Klartext. Es gibt drei Geschwindigkeiten in Rainbow Six. Drei Speed, Two Speed, One Speed. Richtig? Falsch. Es gibt vier Geschwindigkeitsstufen. Also Fuse ist ein One Speed Operator mit seiner AK oder seinem LMG. Mit Schild ist er aber noch langsamer. Und so wird es auch mit Blitz gemacht. So wie ich es verstanden habe, wird er ein Two Speed bleiben, bekommt aber dieses kleine Extra, was ein Schild Operator immer hat. Und das hat momentan auf den TTS gefehlt. Also wird er etwas zwischen Two Speed und One Speed sein. Also eine Art 2,5 Speed. Wie sich das alles auf die Masse überträgt, beziehungsweise auf ernstzunehmende Runden, kann ich noch nicht sagen. Ich werde Blitz genauestens unter die Lupe nehmen, weil ich den Burschen in- und auswendig kenne. Also Blitz, mach dich auf eine ordentliche Untersuchung gefasst. Von Dr. Jericho5. Twitter und Instagram sind in der Beschreibung verlinkt. Wir sehen uns in den Kommentaren. Euer Jericho5. Wir sehen uns in den Kommentaren.